Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siedler 7 Jetzt kommt die 5. Mission 1, 2, 3, 4 Die 6. Mission Ähm, mal gucken Wolfhilden Dracorian muss besiegt werden Um seiner starken Armee standhalten zu können werdet ihr in Wolfhilden einen mächtigen Militärzweig gründen müssen Der Werwolf im verwünschten Wald könnte ein nützlicher Verbündeter sein Okay Einfach mal anfangen So ist Triumph über Dracorian schien unbedeutend zu sein da sie ihn jetzt auf seinem Terrain besiegen musste Ja Ich immer noch gegen ihn Aber jetzt kommt Sieg durch Siegpunkte Ich brauche genau 3 Stück Wie das ablaufen wird, wird man ja dann noch sehen Ist eigentlich recht einfach Äh, das kennen wir schon Ja, keine Musik Okay Ja Dracorians Land Ein Land voller Mythen Wo Legenden geboren werden So So Ihr trifft in Wolfhilden ein Ja Ja Der Hinkenheber Kennen wir schon Wir haben einen entscheidenden Punkt erreicht Prinzessin Ein Sieg über Dracorian wäre ein mächtiger Schlag gegen diesen Lord Wolverine Dann hoffe ich, dass ich nicht versagen werde Geht bitte mit Bedacht vor Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir einen kühlen Kopf bewahren Was, wenn wir scheitern? Befreit euch von Angst Ich habe einen Plan Wir müssen diesen nur befolgen Prinzessin, man sagt Dracorian sei ein mächtiger Krieger Mit einer großen und gefährlichen Armee Wollt ihr ihn besiegen Müsst ihr eure Truppen geschickt einsetzen Hier sind mehr als nur Pekiniere oder Musketiere gefragt Für diesen Kampf benötigen wir Cavadari Dracorians Heimatstadt Ich warne euch, Prinzessin Diesmal werde ich nicht so schnell aufgeben Okay Lasst euch nicht einschüchtern, Milady Dracorian wird bald der Realität ins Auge blicken Konzentriert euch nur auf eure Eroberung Nutzt alles, was ich euch in den vorherigen Missionen gelehrt habe Und findet euren eigenen Weg Diesen hinterhältigen Dracorian aus Tandrien zu vertreiben Kommt da was? Ja, jetzt Siegpunkte Ach Gott, sind wir dafür zu viel Siegpunkte Hier sieht man jetzt Man hat zwar jetzt hier noch eine Questliste Aber die sagt eigentlich auch nur, dass ich Siegpunkte gewinnen soll Also ist nichts mehr Belohnungen gibt es auch Die bekomme ich jetzt hin und wieder mal Reiter ist eine stärkere Form von Nahkämpfern Die kann ich in einer Kaserne ausbilden Die werde ich auch errichten Jetzt kann ich in einer Kaserne Kann ich dann auch mehrere Generäle haben Die einzelne Truppen führen Muss aber nicht sein Und in einer Radmacherei kann ich Räder herstellen Hier haben wir die Siegpunkte Es gibt 6 zur Auswahl Äh Gab es nicht irgendeine besondere Einteilung Welche rechts und welche links waren? Ich glaube nicht, ne Auf jeden Fall gibt es jetzt hier 6 zur Auswahl Und ich brauche 3, um zu gewinnen Was haben wir hier? Den verwunschenen Wald Ich muss den Wehrwolf Wurf schicken Und bekomme ich einen Siegpunkt Der ist mit einem Schloss versehen Das heißt, wenn ich den habe Kann ich den nicht mehr verlieren Sparfuchs Ich brauche 25 München und mehr als meine Gegner Weltmarschal Ich brauche 20 Soldaten und mehr als meine Gegner Sonnenkönig Ich brauche Stufe 5 Prestige Stufe 5 und mehr als meine Gegner Imperator Ich brauche 3 Sektoren und mehr als unser Gegner Ein spezieller Sektor Es gibt immer einen speziellen Sektor In dem Fall ist der hier Nicht der Solange ich den halte, habe ich den Siegpunkt Gut Fangen wir an Ich sehe hier schon mal Stein Den kann ich abbauen Ich könnte eine Kaserne ausbilden Ich habe hier jetzt schon mal 10 Reiter Das sind schon mal gar nicht mal so wenig Ich Hm Die Kaserne ist natürlich insoweit auch praktischer Dass die Schlicht und ergreifend Für die Piki-Niere und Musketiere weniger Produkte benötigt Also Mega Kram Äh Moment mal Ich brauche mal hier eine Äh Hölzhütte hin Da kann ich hier schon mal ein bisschen Holz farmen Bisschen Fleisch brauchen wir auch Das Und Ja Ich Und Bretter Das ist Holz Genau Bretter So Steine habe ich Holz habe ich Das ist gut Die können wir den schon mal angreifen Sektor Fisch habe ich ja kein Warte Jetzt habe ich ein Stein Ding und so ein Holz Ich finde das so viel Oh ich habe eine Belohnung Äh Äh Bevölkerungsbelohnung Ja Kriege ich manchmal Ich nehme es mal Holz Bekommeltes Belohnung Belohnungen für die Unterschiedlichsten Dinge Ich weiß nicht was alles Ah Erdimperator Jetzt gibt es auch unterschiedliche Musik Hintergrundmusik Hintergrundmusik Nimmens Ich weiß nicht was sind die Mehrzahl von Musik Je nachdem wie hoch der Siegpunktunterschied ist Jetzt ist mehr Weniger Neutral Ich glaube wenn er den zweiten Siegpunkt bekommt Dann wird die eher finster Und wenn ich Zwei Siegpunkte jetzt habe Dann wird sie schon Besser Naja gut das wird man noch sehen Ich hoffe nur dass es nicht so weit kommt Dass er jetzt noch einen zweiten kriegt Feldmarschall kann er noch bekommen Das ist immer Sehr schwierig Das Da kümmer ich mich auch meistens nicht drum Das ist jetzt aus dem Schlacht Wie machen ich denn hier weiter Nehmen wir den hier oben Ja keine Chance Und ich habe nur acht Reiter Oh je Also ich tendiere Und dazu Dass ich dem Wurst schicke Äh Dass ich auf Prestige baue Und Dass ich den speziellen Sektor einnehme Jetzt habe ich den Zugang zu dem verwunschenen Wald Hier Ja Questgebäude Man kann immer drei Sachen machen Und eins bringt den Siegpunkt Ich muss das aber früh machen Weil so mehr Siegpunkt die ich selbst habe Desto höher muss ich auch dafür zahlen Ich kann entweder Gegen Soldaten kämpfen Ich kann ihm Waren schicken Oder geistig ergeben Hier kriege ich den Siegpunkt Also den Sturm Äh Verheirnden Sturm zu rufen Der Leerum Larum Gebiete euren Gegners Beschädigt Arbeitsgebäude zerstört Und zahlreiche Bäume fällt Und freies Geleit Dann Kann ich quasi hier durchgehen Und zu dem Sektor gelangen Kovazi Äh Spielgeschwindigkeit mal höher 4-5-5-6-7-8-9-2-9-9-9-9-9-9 Und zack Da habe ich gleich eine Eroberungsbelohnung Ich nehme immer das hier Und das natürlich So, das müsste auch reichen, um den anzunehmen, dann kommt nur der und der und dann kann ich den nehmen, einnehmen.